Edmund Gustav Albrecht Husserl war ein österreichisch-deutscher Philosoph und Mathematiker. Husserl gilt als Begründer der Phänomenologie, mit deren Hilfe er die Philosophie als strenge Wissenschaft zu begründen suchte. Er ist einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Husserl forderte von der Philosophie, sich vor schneller Weltdeutungen zu enthalten und sich bei der analytischen Betrachtung der Dinge anders zu halten, was dem Bewusstsein unmittelbar erscheint. Damit brach er mit dem um 1900 vorherrschenden Psychologismus, der die Gesetze der Logik als Ausdruck bloßer psychischer Gegebenheiten sah, wodurch Objektivität prinzipiell unerreichbar sei. Etwa ab 1907 verband er seine Phänomenologie mit der Transzendentalphilosophie, eine Wendung der einige seiner Schüler nicht folgten. Husserl war äußerst produktiv. Der Nachlass umfasst etwa 40.000 Seiten. Seit 1950 wird das Werk im Rahmen der Husserlianer herausgegeben. Den größten Einfluss übte Husserl auf die Existenzphilosophen Mauriz Emmerle Auponti, Jean-Paul Sartre und Martin Heidegger aus. Aber auch Theodor W. Adorno baute auf seinem Schaffen auf. Für die Soziologie machten besonders Alfred Schütz und Niklas Luhmann den Husserl-Schen-Ansatz fruchtbar. Der Geburt nach Österreicher erwarb Husserl 1896 die preußische Staatsangehörigkeit. Leben Als zweiter Sohn einer jüdischen Tuchhändlerfamilie in Prostnitz legte Husserl 1876 im Nahen Ull mit seine Reifeprüfung ab. Gleich darauf nahm er in Leipzig das Studium der Astronomie, Mathematik, Physik und Philosophie U. A. bei Wilhelm Wund auf das er 1878 in Berlin bei den berühmten Mathematikern Karl Weierstrass und Leopold Kroniker fortsetzte. In Leipzig lernte Husserl Thomas Gary G. Mazarik kennen. 1882 promovierte er in Wien bei dem Weierstrass-Schüler Leo Königsberger mit der Arbeit Beiträge zur Theorie der Variationsrechnung. Am 26. April 1886 konvertiert Husserl zum Christentum. Sein voller Name lautet nun Edmund Gustav Albrecht Husserle. Nach philosophischen Studien bei Franz Brentano, von dem er entscheidend angeregt wurde, ging er 1886 nach Halle an der Saale zum Brentano-Schüler Karl Stumpf. Bei diesem konnte er sich 1887 mit einer psychologisch-mathematischen Arbeit über den Begriff der Zahl habilitieren. In Halle war Husserl dann 14 Jahre lang als Privatdozent tätig. Hier verfasste er sein frühes Hauptwerk logische Untersuchungen, die ihn bekannt machten. Im Jahr 1887 – kurz vor der Eheschließung – ließ er sich in Wien zusammen mit seiner ebenfalls aus Prostnitz stammenden Verlobten Malwein Charlotte Steinschneider evangelisch taufen. Mit der Philosophie der Arithmetik erregte Husserl die kritische Aufmerksamkeit des Logikers Gottlob Frege. Mit Rücksicht auf dessen Psychologismuskritik stellte er bis zur Jahrhundertwende umfangreiche logische Untersuchungen an, die zu seinem ersten Hauptwerk heranwuchsen und dem 42-jährigen 1901 einen Ruf nach Göttingen einbrachten. Persönlich bekannt wurde er in der 15 Jahre währenden Göttinger Zeit unter anderem mit David Hilbert, Leonard Nelson, Wilhelm Dilltei, Max Scheler, Alexandre Coeyer und Karl Jaspers sowie dem Dichter Hugo von Hofmannsthal. 1916 – mitten im Ersten Weltkrieg, dem sein Sohn zum Opfer fiel, trat Husserl in Freiburg die Nachfolge des Neukantianers Heinrich Rickert an. Empfohlen hatte er sich für diese Berufung mit den Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Im Kreis der frühen Schüler stieß die idealistische Wendung dieses zweiten Hauptwerks indes auf einiges Unverständnis. 1918 gründete er die Freiburger Phänomenologische Gesellschaft. Seine erste Assistentin war die Jüdin und spätere katholische Ordensfrau Edith Stein. Sie wurde 1919 von Martin Heidegger abgelöst, der zu Beginn seines Hauptwerks Sein und Zeit seinen wichtigsten Lehrer mit den Worten würdigte. Wenn die folgende Untersuchung einige Schritte vorwärts geht in der Erschließung der Sachen selbst, so dankt das der Verfasser in erster Linie Edmund Husserle, der den Verfasser während seiner Freiburger Lehrjahre durch eindringliche persönliche Leitung und durch freieste Überlassung unveröffentlichter Untersuchungen mit den verschiedensten Gebieten phänomenologischer Forschung vertraut machte, Heidegger war es auch, der 1928 Husserls Nachfolge in Freiburg antrat. Andere Husserl-Schüler waren Günther Anders, Eugen Fink, Dietrich von Hildebrandt, Ludwig Landgrebe, Adolf Reinach, Ludwig Ferdinand, Klaus und Roman Ingarden. Husserl unternahm in seinem letzten Lebensjahrzehnt etliche Vortragsreisen. Sie führten ihn nach Amsterdam, Paris, Frankfurt am Main, Berlin, Halle, Wien und Prag. Sein drittes Hauptwerk »Die Krise der europäischen Wissenschaften« und »Die transzendentale Phänomenologie« entstand. In dieser Spätphase stand der Begriff »Lebenswelt« im Zentrum, mit dem er noch einmal einen Neuansatz plant. Nun sieht er in der radikal-objektivistischen Sicht der Naturwissenschaften den Grund für die Sinnkrise der Moderne, da sie den Bezug zum Leben verloren hat. 1928 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. Der hochgeehrte Husserl bekam in den letzten Jahren seines Lebens die nationalsozialistische antisemitische Politik der Entrechtung, Ausgrenzung und Verfolgung zu spüren. Nachdem ihn noch am 25. Januar 1933 die Freiburger Universität anlässlich seines goldenen Doktorjubiläums mit einem Festakt ehrte, wurde er wenige Wochen später am 14. April 1933 durch badischen Erlass unter Rektor Sauer wegen seiner nichtarischen Abstammung beurlaubt. Husserl äußerte später, dies sei die schlimmste Kränkung seines Lebens gewesen. Während der kurzen Rektoratszeit seines Schülers Martin Heidegger an der Freiburger Universität wurde der Erlass für Husserls Beurlaubung am 20. Juli 1933 wieder aufgehoben. Im selben Jahr erhielt Husserl einen Ruf auf einen philosophischen Lehrstuhl an die University of Southern California in Los Angeles, welchen er aber ablehnte. 1936 musste der 77-Jährige aber noch den Entzug seiner Lehrbefugnis und weitere Schikanen erleben. So wurde das Ehepaar Husserl im Sommer 1937 aus der Freiburger Wohnung in der Loreto Straße 40 vertrieben, die dort gelagerte stenografische Urfassung der Husserlianer in Sicherheit zu bringen. Gelang 1939 in einer abenteuerlichen Aktion dem belgischen Franziskaner Pater Hermann Leo von Breda, der dann das Husserl-Archiv in Löwen gründete. Husserl starb am 27. April 1938. Seine Asche wurde auf dem Friedhof in Freiburg-Günter-Stahl beigesetzt. Am 22. April 2013 kam es zu Stolpersteinverlegungen für Edmund und Maiwein Husserl vor dem Wohnhaus in der Freiburger Loreto Straße und für Edmund Husserle, vor dem Haupteingang des Kollegiengebäudes I der Freiburger Universität. Zentrale Gedanken und Begriffe Erkenntnis ist zwar an psychische und physiologische Prozesse gebunden, sie ist aber nicht mit diesen identisch. Aus einem empirisch-psychologischen Satz kann niemals eine logische Norm abgeleitet werden. Empirische Sätze sind bloß wahrscheinlich und können falsifiziert werden. Logik hingegen unterliegt nicht wie die Empirie der Kausalität. Philosophie als Wissenschaft kann sich daher nicht an den Naturalismus binden. Philosophie, Erkenntnis, Theorie, Logik und reine Mathematik sind Idealwissenschaften, deren Gesetze ideale Wahrheiten a priori ausdrücken. Phänomenologie als Wesensschau des Gegebenen soll die voraussetzungslose Grundlage allen Wissens sein. Intentionalität des Bewusstseins Intentionalität ist die Gerichtetheit des Bewusstseins auf einen Gegenstand. Es gibt kein reines Objekt und kein reines Objekt, sondern beide sind stets verbunden durch den Akt des Bewusstwerdens. In dem die Gegenstände konstituiert werden. Alle Akte des Bewusstseins sind sinnstiftend und konstituieren überhaupt erst ihre Gegenstände. Ein bewusstseinstranszendentes eigentliches an sich der Dinge existiert somit nicht. Diese Sichtweise übernahm Husserl von Franz Brentano. Phänomenologische Reduktion Um den wahren Wesensgehalt eines Gegenstandes zu erkennen, müssen wir unsere Einstellung zu ihm ändern. Wir müssen uns jeglichen Urteils ihm gegenüber enthalten. Um sich einem Gegenstand entsprechend zu nähern, muss man von jeglicher Theorie auch von den naturwissenschaftlichen absehen. Erst durch Ausschaltung aller Setzungen erscheint die Welt in ihren tatsächlichen Strukturen. Dieses sich zurücknehmen nannte Husserl-Epoche bzw. Einklammerung. Der Akt in dem ein Gegenstand unmittelbar gegeben ist, ist die kategoriale Anschauung. Der gegebene Gegenstand als vermeinter Gegenstand enthält über die rein sinnliche Wahrnehmung hinaus einen Überschuss an Intentionalität. Wie er in Wörtern wie dieser ist oder er zum Ausdruck kommt, die jenseits des Sinnlichen liegen. Eidetische Variation Der einzelne Gegenstand ist mit Zufälligkeit behaftet. Wenn ich zu seinem Wesen vordringen will, muss ich das Notwendige in ihm erfassen. Wesensgesetze machen den Sinn eines Gegenstandes aus. Durch Variation der Eigenschaften des Gegenstandes findet man heraus, was das Wesensnotwendige ist. Wahrheit ist die volle Übereinstimmung von Gemeintem und Gegebenem. Das Erlebnis der Übereinstimmung ist die Evidenz oder Intuition. Evidenz in diesem Sinne ist kein Gewissheitserlebnis, sondern die unmittelbare Erfahrung. Evidenz im Sinne Husserls ist korrigierbar, wenn sich im Nachhinein zeigt, dass die damalige Erfahrung nicht zutreffend war. Eidetische Reduktion Aus der durch die Enthaltung gewonnenen Neutralität heraus ist es nun möglich zum Wesen einer Sache, bzw. zu den Sachen selbst vorzudringen. Jetzt sind nur noch die Bewusstseinsakte Selbstgegenstand der Betrachtung. Die Existenz des Gegenstandes wird transzendiert. Was übrig bleibt ist die absolute Seinsregion des Bewusstseins selbst. Mit dieser eidetischen Reduktion gelingt eine Wesensschau, die uns zeigt, wie sich die Welt im Bewusstsein konstituiert. Zu näheren Erläuterungen siehe, Phänomenologie, Philosophie als strenge Wissenschaft. Husserl antwortete auf Deltasch 1911 verschiedene Weltanschauungsphilosophie noch im selben Jahr mit dem Aufsatz »Philosophie als strenge Wissenschaft«. Husserl weist dort zunächst den Naturalismus zurück, da dieser sich nicht selbst über seine erkenntnistheoretischen Voraussetzungen Klarheit verschaffen kann. Dies kann nur eine wissenschaftliche Wesenserkenntnis des Bewusstseins leisten und diese ist die Phänomenologie. Sie ermittelt das, was allen individuellen Bewusstseinsakten gemeinsam ist, nämlich Bewusstsein von »zu sein«, die »haar«. Sie meinen ein Gegenständliches. Im Absehen von dem »im von »gemeinten« ergibt sich das Wesen der Bewusstseinsakte. Es lässt sich als objektive Einheit fixieren. Die Feststellung objektiv gültiger Tatsachen ist möglich, weil, auch wenn diese historisch gewordene sind, sie trotzdem absolut gültig sein können. Die Genesis beeinträchtigt nicht die Geltung. Als Beispiel eines Systems notwendiger Sätze nennt Husserl die Mathematik, welche für die Beurteilung der Wahrheit ihrer Theorien sich überhaupt nicht an der Historie orientieren kann. Die Idee der Wissenschaft ist eine überzeitliche, durch keine Relation auf den Geist einer Zeit begrenzt. Husserl proklamiert daher gegen die Weltanschauungsphilosophie den »Wille« in »zu strenger«. Wissenschaft Das Spätwerk »Krisis der Wissenschaften« In seinem Spätwerk kritisierte Husserl, dass die modernen Wissenschaften mit ihrem Anspruch die Welt objektivistisch zu erfassen, die Fragen der Menschen nach dem Sinn des Lebens nicht mehr beantworten. Er forderte daher die Wissenschaften auf, sich darauf zu besinnen, dass sie selbst ihre Entstehung der menschlichen Lebenswelt verdanken. Die Lebenswelt als zentraler Begriff ist für Husserl die vortheoretische und noch unhinterfragte Welt der natürlichen Einstellung. Die Welt, in der wir leben, denken, wirken und schaffen. Husserls transzendentale Phänomenologie versucht, die entstandene Entfremdung zwischen den Menschen und der Welt zu vermindern. Bibliografie Schriften über den Begriff der Zahl Psychologische Analysen Heinemann Halle 1887 Philosophie der Arithmetik Psychologische und Logische Untersuchungen Pfeffer Halle 1891 Logische Untersuchungen Band 1 Prolegomena zur reinen Logik Zweite Umgabe Auf L. Niemeyer Halle 1913 Logische Untersuchungen Zweiter Teil Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis Niemeyer Halle 1901 Philosophie als strenge Wissenschaft 1911 Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie Erstes Buch Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie Max Niemeyer Verlag Halle 1913 Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins HSG Von Martin Heidegger Niemeyer Halle 1928 Formale und Transzendentale Logik Versuch einer Kritik der logischen Vernunft Niemeyer Halle 1929 Nachwort zu meinen Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie Niemeyer Halle 1930 Kartesianische Meditationen und Pariser Vorträge HSG Und eingeleitet von S. Strasser Niehoff Den Haag 1950 Die Krise der europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie Eine Einleitung in die Phänomenologische Philosophie 1936 Erfahrung und Urteil Untersuchungen zur Genealogie der Logik Ausgearbeitet und HRSG Von Ludwig Landgräbe Akademia Prag Ausgabenbeiträge zur Theorie der Variationsrechnung Wien-Univ des 1882 E-Book der Universitätsbibliothek Wien Hussaliana Edmund Hussal Gesammelte Werke Aufgrund des Nachlasses veröffentlicht vom Hussal-Archiv Leuven Niehoff Den Haag 1950 FF Jetzt Springer Berlin 2008 42 Bände Erfahrung und Urteil HSG V. Ludwig Landgräbe Aufel Meine Hamburg 1999 ISBN 9783787313525 V. Logische Untersuchung HSG V. Elisabeth Ströcker Aufel Meine Hamburg 1988 ISBN 97837873 07869 Kartesianische Meditationen HSG V. Elisabeth Ströcker Ströcker Aufel Meiner Hamburg 1995 ISBN 9783787312412 Die Krises der europäischen Wissenschaften und die Transzendentale Phänomenologie HSG V. Elisabeth Ströcker Aufel Meiner Hamburg 1996 ISBN 9783787312979 Beziehungsweise Beziehungsweise Auflage 2012 Meiner ISBN 9783787322596 Grundprobleme der Phänomenologie HSG V. Isokern Aufel Meiner Hamburg 1992 ISBN 97837873-1102-6 Texte Texte zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins HSG H. S. G. V. Rudolf Bernet Meiner Hamburg 1985 ISBN 97837873-05971 Die Konstitution der geistigen Welt HSG V. Manfred Sommer Meiner Hamburg 1984 ISBN 97837873-06183 Die Idee der Phänomenologie HSG V. Paul Janssen Meiner Hamburg 1986 ISBN 97837873-0685-5 Die Phänomenologie und die Fundamente der Wissenschaften HSG V. Karl-Heinz Lembeck Meiner Hamburg 1986 ISBN 97837873-06862 Ding und Raum HSG V. Karl-Heinz Hahnengress Das ist uns Mail Reppig Meiner Hamburg 1991 ISBN 97837873-10135 Phänomenologische Psychologie HSG V. Dieter Lohmar Meiner Hamburg 2003 ISBN 97837873-16038 Philosophie als strenge Wissenschaft HSG von Wilhelms Zillersi Frankfurt am Main 1996 ISBN 9783465028888 nursery 救 ... Musik 16 . Musik K